Am 3.5.2020 bin ich wieder an meinem Lieblingsplatz bei dem Nibelungen am schwarzen Ort in Biebesheim. Ich habe heute Glück, ich muss nicht lange warten, es fährt ein schönes Schiff talwärts, es ist die Stolt Maas. Dieses Schiff fährt unter niederländischer Flagge, ist 86 Meter lang und 12 Meter breit. Das schöne Schiff fährt mit 9,5 Knoten talwärts, das sind 17,594 Stundenkilometer. Der Wasserpegel ist glücklicherweise durch den Regen in den letzten Tagen wieder gestiegen. Wir haben jetzt Wasserpegel Worms, 147 Zentimeter, der Tendenz steigend. Guck an, ein Storch holt sich aus Rheinland-Pfalz Baumaterial für sein Nest. Ach, und da sehe ich wieder was. Beide Mülleimer sind vollgestopft und der Rest des Mülls liegt vor den Mülleimern. Jetzt kann man natürlich annehmen, ja, das ganze Ding ist überfüllt und es haben Rabenvögel oder auch Ratten die Sachen wieder rausgeholt. Also bitte, ihr Leute, seht zu, dass ihr, wenn ihr schon esst, euer Zeug nicht in diesen Mülleimern entsorgt, sondern euren Müll mit nach Hause nehmt. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr sitzt auf der Bank, habt Essen mit, esst gemächlich und dann kommen auf einmal Ratten her, laufen euch über die Füße und denkt dran, die Ratten sind auch sehr ängstlich, sie sind angstbeißer und ruckzuck werdet ihr noch von so einem Vieh gebissen, also das braucht man nicht. Corona hat schon genug Einschränkungen bisher gebracht und es muss auch noch eine Zeit sicherlich überbrückt werden. Wenn ihr schon da esst, nehmt die Essensreste wieder mit. Ansonsten werden euch die Nibelungen sicherlich mit einem Zauber belegen und das ist nicht lustig. So, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen, bleibt gesund und Tschüss.